Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play! Final Fantasy 16 mit mir den Pirates hier machen weiter. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und... Treppen. Hoffentlich führen die hier raus. Bestimmt. Org schlechter. Ein Org schlechter macht alles genau schlechter. Wenn du hier oben bleib'n. Sehr schön. So. Weißzahn. Au. Au! Hi! Oh, du bist ähm... Ja bitte. Ah, das ist immer... Danke. Danke. Ja. Die spinnst wohl, ne? 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 ich werde sogar noch mehr energie ausgegangen alter das sind vom biest na gut taunt 87 der hälfte jetzt egal und ich bin ja mehr weil man will ja bockern okay da geht es weiter also Energieflöschen hat der nicht, ne? Nein, aber die haben ja alle hingerichtet Alter Bei den Flammen Aber ich meine, ich kann Kupka schon irgendwo verstehen Kupka macht keine halben Sachen Als ob ein eigener Mutterkristall nicht genug wäre Er musste sich auch ein Schloss reinbauen Ich weiß, dass sie über uns rechnen will jetzt klar Wir haben erst einmal so eine Frau da umgebracht Den haben wir in die Hände abgeschnitten Boah, kann man schon dauer werden Genau, sie ist aus dem Grunde, sag ich immer Man muss erst mal warten Mit heilter entnehmen Auflöcher Spielpolier von selbst Alter, ist ja schon geil aus, Gott Ich will dann wieder hauen Kupka auf die Beine ab Und dann besuchen wir immer noch mal Und dann schlagen wir endgültig tot Dann habe ich alles genommen Und die Prüfung beginnt Oh ja, das ist ja schon Oh ja, das ist ja auch schon Achso! Aua! Okay, wurde zu. Ich hatte jetzt einen. Das ist ein... Ah! Ein Weber bei ihm brauche ich, glaube ich, keine... ...Ester-Faker. Na gut, dann wird's hier, wo ich einmal drehen kann. Jawohl, ich bin ein Ester-Faker. Dann haben wir so eine Heilung. Also, ich mach Heilung, ne? Er macht ja immer darauf hin. Denkt ihr was Neues aus. Servus! Fertig ist ein... Kannst nicht.. Aaaaah. Was ist das? Genau, du kannst ihn nicht schärfe, ne? Schauen wir mal die wieder Ah, Mist! Ah, Mist! Mann schon! Mann schon! Oh, Mist! Oh! Ich sehe es hier! Mann schon! Mann schon! Dann will ich hier hören, oder? Wien da mal geil... Okay, ich kann ihn jetzt machen können Ja! Scheiße! Und schon! Aber okay, das Ende war ein bisschen doof. Alter. Das Ende war ein bisschen scheiße. Eigentlich war es jetzt nicht so schwer, es war. Okay, das war ärgerlich. Das Ende war kacke. Das hätte man besser hinbekommen können. Das war ärgerlich, das war unnötig. Danke, darf ich jetzt eintreten? Aber das ist so eine Gästeprüfung oder wie. Wir werden erwartet. Alter. Wir haben 10 Minuten zwei riesen Gegner bei sich. Das also ist die Macht von Mythos. Wann das auch, die Orks? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze aber mal schon. Ich schätze mal, die Orks haben wir alles geplättet. Und ich schätze aber auch nicht, dass es von Kupka auskommt. Das kommt von diesem, boah, von dem Typen doch. Sehr gut. Deswegen, deswegen mache ich auch mal eine Nebenmission. Jetzt sieht man das mal richtig. Was ist das? Wie schon wieder? Nehmen wir die? Okay. Ja, ich hoffe. Also lässt die, die wir gekämpft haben mit Jill? Glaube ich auch. Machen die ja. Oder gehören die. Geister. Sehr gut. Heute haben wir einen guten Lauf. Heute läuft geil. So muss es immer laufen. Manchmal läuft es echt scheiße. Aber so? Aber so? 1600 Gill. Ah, da freue ich mich mit dem Jill. Entschuldigung. Das war ein sehr schlechter Witz. Ich weiß. Also hier reicht nicht. Doch. Noch ein bisschen. Na ja. Alle haben eingedacht bekommen. Ich glaube. Ja, du schlieb dich jetzt nicht. Das will mir auch fehlen. Was machen die denn hier? Sind die Tamiere her? Oder ihm? Aber. Da steht mal einer hinter uns, ne? Wo sollten sie hinter ihm hier sein? Obwohl, ganz ehrlich, in dieser Welt ist, glaube ich, alles möglich. Aber die sind eher hinter uns, ja. Weil ich schätze mal, die sind von dem Typen da. Hat denn Courage. Einige Gner benutzen die Fähigkeit, Fertigkeit Courage, um die Angriffskrafts, um einen Zwingen zu erhöhen. Aber das ist ein Bull und erledige solche Gegner, um ein Konkurrentes den Schaden zu riskieren. Nein! Nein, auf damit! Sollte ich ihn hier haben, ne? Wo gibt's denn eine Courage? Courage ist am Arsch, Alter! Hier! Oh! Ich hab von dem was für den Schaden bekommen. Aua! Ach, die sind... Warte mal, die sind nicht nur härter? Oh, ja, glücklich! Moment! Auf! Wer hat die Symbol? Achso, meinst du darf ich nicht angreifen? Na doch, darf ich schon, aber... Nicht da anders machen. Achso, der ist allgemein stärker. Okay, 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 okay. Verstanden? Ich hab verstanden, der ist nur seine Angriffskraft, hab ich gedacht. Ich kann dich aber auch nicht mehr umlocken. Wir müssen diese anderen Taktiken. Wir müssen diese Konikliga. Ah, noch einer! Warte hoch! Entschuldigen Sie, ich korrigiere das, war ganz gut. Na gut, haben wir immer nicht Level ab. Ich hoffe, wir hättest du noch vorher ein Level ab erreichen. Wo wir in den großen Besiegen. Erst auch, ist dann dieser Albträume. Steckst du da hinter Ultima? Schätze ich mal, ne? Also, die sehen auf jeden Fall so ähnlich aus, die Ultima. Wie Ultima und trinktiert wurde, war wie S, ähm, 4S. Ähm, der Film... mit... da, ähm... Ja... Jetzt kann ich die Vigabilla. Das ist halt nicht so geil. Äh! Da war so der Alarm in der Weg. Äh! Oh nein! Oh nein! Ah ja! Oh nein! Ah ja! Ich glaube, ich habe die Definition. Nein, 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 mach's damit. Ja, Arschloch. Sehr gut. Oh Gott. Zeit immer, ich will Level Up-Welt verarschen. Alter, die werden, die werden echt, die werden echt lästig, diese Bieste. Die werden ja sowas von lästig. Ah, hier muss ich fahren. Sieht nach dir aus, Kupka. Aber wo bist du hin? Der Kern. Er ist im Heiligtum. Ich spüre es. Komm, Torgal. Erst mal die Tour aufmachen. Was gibt es hier? Oh, hier geht die Treppen runter. Also geht es da weiter. Warte mal, geht es da weiter? Gut, Leute. Da würde ich sagen, wir machen erstmal vorher ein Folgenpolschen. Interessant aus Versehen. Weiter laufe. Und ich würde sagen, ich danke für das Zuschauen. Ja, das könnte sehr gut sein. Dann, da bekommen wir es hier unten gesprungen wird. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke für die Zuschauer, wenn wir dabei sind. Ich hoffe, ihr habt die Folge gefallen. Beim nächsten Mal geht es hier mal weiter. Hier im Bredsglai. Final Fantasy XVI. Bis dann, euer Bredsglai. Haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann. Ciao.